so nahm mit hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt mit League of Legends heute mit Gragas der fetten Bombe gegen Fies der Regis auf der Top-Lehm oh er ist sogar schon da ich dachte er auf den Klo naja das hat er auf jeden Fall gesagt das ist ein Ranked und äh ich hab Gragas irgendjemand will in Raiden ähm ich hab Gagas jetzt noch nicht so lange habe ihn auch erst einmal eine Bot Match gespielt das war dann First Time ich war da ganz gut im Bot Match und da dachte ich mir spiele den gleich mal im Ranked ne also das wird super laufen gegen Fies ich hab mal auf Leu Counter geschaut versteckt der steht von ihr von die Schild drin manche steht einfach gar nicht in der Liste drin manche steht aber guter games manche steht dabei der der games ich weiß nicht was ich glaube so dass ich gar nicht über Gragas und äh äh ich hab halt ein Skin da wollte ich Leu Nexus gucken wegen ist was ist der für was war der für Stats und so bla bla ja EU West ist gerade nicht verfügbar ja das war toll da habe ich mich richtig gefreut da spiel ich halt jetzt blind ich soll es jetzt vielleicht blind League of Legends nennen das wäre ja komisch oh das war zu früh ach scheit ach Gott sorry die war ein bisschen zu früh so nimmst du so ne Millisekunde ja oh yeah bitch aha das wird auch sehr sinnvoll sein halbes Mana ist halt weg sein halbes Mana wurde vernichtet sein halbes maler durch die scheiß weg sehe ich habe früher selbst gespielt also ich weiß ja was ja okay okay sind sauer kommt von job das heißt an mord rein smoke weed okay das war tricky das war ich cool aber leider kriegt er die ganzen minuten ab beziehungsweise gut so kommen wir jetzt auch ich bin verhindert ich lasse da stehen könnte wenigstens fahren auch lustig und minuten krieg sowieso okay lief im pro jahr jungler habe ich gehört nicht so jede lane verliert an die doch nicht hey what the hell haben die ignite nee oh minions op oder was geil ich frage mich ob das jetzt auch immer noch hier ist ich will noch mal schnell den buff holen ich konnte nicht mehr kneiten verdammt man geht ja auch rein ist es eigentlich was man hat zu bekommen so nee und jetzt sind sie nein doch nicht mehr stimmt er hätte noch hier wort gehabt vielleicht hat das sogar noch in das leben gerettet wahrscheinlich aber das sau babysit hier schon wieder oder was das ist schon das zweite mal hier er hat zwar noch nie mich angegriffen aber das ist sowieso was nur weg busch nee was macht dann gerade alter wie total behindert jetzt jeder hoch nun zu pushen wo ist das nicht bei melonen wahrscheinlich ist der typ schon wieder da der gegner ja der ist wieder da und tötet jetzt arius ach nee ist ins haus da und der wird von ihm gesmashed in den arsch gefickt oh das war ja prohaft das zerstört die sogar schon fast mit einem ich hätte auch schon ein kill gehabt hätte ich ignite noch aktiviert obwohl wenn wenn es eine e macht wird dann ignite gelöscht oder kriegt er einfach nur kein der mensch für die zeit das ist das weiß ich nicht das werden ist ja vor der counter gegen ignite also 60 jetzt auch nicht zu schnell rein nach vorne komm schaffst du du solltest trotzdem weg da hat natürlich jetzt sowas geguckt der mensch okay dann sollte ich nicht drauf anlegen aber ich ich bin schon gar nicht die damage also das muss ich sagen das muss ich sagen ich warte dem aufsinn dass der gank oder so na gut was hat der und was hast du und was hast du fürs die auf kalfing what the fuck ließe das gegner-team ach so lol ach ließen ist der top laner bei der exekutet wurde ne vorhin da dachte ich dass der in unserem team ist und exekutet wurde weil er ein noob juggler ist oh dann habe ich das falsch gesagt ist im gegner-team das nervt mich sehr kann damit auch mal mit die deutsche schon was er behindert ist ja lustig wenn sie dann vom stab unterhauen würde was wäre so geil so vom stab fliegt er so hoch ist ist er noch erbauend und das ist so nice das wäre so p und kragers buschmann aber ziemlich hardcore und das nervt na ich wurde ja ich mach das ja mal selbst ja 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 ich komme ja schon mann das ist viel zu fett jetzt soll er sich noch den gegner rischen jetzt soll er sich noch ein gegner rischen what the fuck we smoke we the bidet will er wirklich das rein oder also das schon mal geworden ich weiß nicht willst du jetzt echt rein oder wie sieht das aus hier ja oh die machen blu oder was nein die haben nicht ran der hat nicht schon vorher mein lieber mein lieber rammus freund scheiße war das knapp das wieder geflasht wie so fläschte also ich will es ist einfach schön wo ich habe ich habe angst dass der dauergäng hier habe ihn endlich ich muss kurz was nachgucken gleich also ich habe zwar das ich muss das nachgucken in der märz loid der text biet ach so es macht also nicht weniger schaden wenn die jetzt außerhalb also am rand der explosion steht sich sagen okay das ist schon ziemlich gut ich habe vergessen was ich dir erst kauf muss auch ja auch gleich beides so nice ich weiß nicht warum ich das jetzt leichtes geht auch kommt für sie wohl gebäck ich habe es auch sehr größer als du aber ich werde trotzdem weniger ap haben weil ich habe keine ap gekauft ich habe nach so läuft ganz in ordnung denke ich kann jetzt der typ springt immer weg der window penner natürlich nutze ich meine skids hier krasse um minions zu farmen während der spaß nicht da ist weil es ist hat ein farm von 45 das muss man natürlich ausnutzen ich habe natürlich angst dass sonst aufs bot okay ich kann natürlich jetzt folgendes machen er springt weg er springt weg und geht hin auch schade aber das war fehl das war behindert und hier sehen sie einen behinderten kragers fett am abnuben na gut warum soll die anderen lades gewinnen wenn du alle kitzel hast ja hab ihn muss nur schnell genug sein oder einfach nur anti behindert sind so aus immer noch bot lane also ist so aus der kasse gut er geht auf jeder lane bleibt dann dort die stunden auch scheiße warten müssen verdammt blöd fach blöd am anwalt bei der gerade die sie ja du hast eine kasse geworden ein jungler gang alter das war aber du auch älter hast du eine lege wollen das wirklich kass der rio in den händen kling Killing Spree Und andere hat er geschlossert Komm den Tauer schaffe ich Ich hab besser gesagt und sogar zweimal gepinkt also Aber dafür klappt ihr Tauer dran Ich helfe dir Auch wenn du gar keine Hilfe brauchst, ist mir scheißegal What's up Ach fuck, falsche E Ach scheiße Ja Ja ich weiß schon ja das war behindert und dumm wieso habe ich das gemacht das war total sorry das war das war what the fucks oraka ach so die hat geheilt das war total dumm das war das behinderte was ich jemals getan habe das war richtig behindert das war echt aber wo ist der fiss das dauert er doch sein allein ist gepusht dann gehe ich heute mal dauerhaft andere lanes wer hat eine killing spree genau das jetzt ich hätte ich nicht da reingehen sollen es war so behindert der täter der killing spree ja das wieder ist es ist schon wieder nicht mehr da und kümmer wieder das war es wieder für meine lane ging mal wieder dauerhaft mehr als meine lane pushen kann ja nicht wo ist dieser fiss jetzt wahrscheinlich back aber trotzdem brauchen wir gefilterten alles einfach ich sollte einfach gar nicht mehr tut einfach hier bleiben und farben das ist glaube ich das beste neil tauchten jetzt nicht ich glaube ich jetzt nicht der typ ist immer noch weg what the fuck leute ich helfe euch und sie ist tot dummer scheiß flash und da ist fest und ich gehe und wir sind gefliegt gebackt ich auch weg ich glaube ich gehe da rein oder was jetzt das kann ich auch nicht machen bis wir mit behindert hey was wieder überhaupt der europäische mitte übrigen ist niemand ist mitte die kanzler kannst du auch englisch kanzler korrekte setze bilden sie hat gesagt sie sind alle mitte immer nein es hat noch nicht mal jemand gegangt wahrscheinlich meint ist die bot okay you never follow okay ich war ja gerade nicht auf der lane ne bloß wenn der zehn stunden auf k irgendwo ist ne da kann ich doch nicht immer da sein mann bist behindert halt da wer hat 4 9 ist es richtig behindert und verpisst euch da bitte und sie sterben alle durch fiss weil sie behindert sind und scheiße und nicht zuhören ach ne sie töten sogar fiss okay dann komm ich auch dann will ich auch kommen aber das war ich kriege ich muss die reichweite einfach noch hinkriegen von der r von der q damit ich doch smart kast richtig gut machen kann also das ist noch mein einziges problem eigentlich was ich mit kragas habe und dass ich halt nicht alles raus habe und so aber sonst geht's eigentlich so ne echt es ist mit der so die ganze zeit das heißt du bist du bist eine ptusse alter die sind so behindert es gibt's kaum ich ist mit auch seit zehn jahren ich bin behindert alter ah und das geil immer was trinken bringt so sehr während ich auch umgekehrt aber der umgekehrt ist dann immer weg leute hat die nicht mal angehütet hat die nicht mal angehütet das war so geil das war so geil kriege ich ihn? oh geil danke oh ja alter attack for the win hab ich gehört na das war zu sehen bisschen behindert haben meine kunst getroffen ich kann immer nicht ich kann immer nicht raus wird wohin die gehen wollen oder oder wo sie dann hingehen und was auch immer ne ich geh jetzt nicht auch mal rein leute im out äh ich weiß gar nicht was ich mir als nächstes kaufen muss was ne rabate und ich will dir mal warmux nennen weil ich viel zu viel tanks gespielt hab ja es ist nicht das mmo tanks sondern tanks im spiel ey was ja traurig ist die fette bitch hätte ich mal eine aktion noch nicht gemacht wäre viel weniger gefeated gewesen als hattest 5 0 also der typ wäre noch bei allem ausweichen ist doch so behindert und sonst haben die auch so ein mobiles team die sind schon nein 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 oh danke oh guck mal das ist mal da brauche ich mal nicht erst oh doch er ist weg er ist abgehauen und er ist es ach gott leute dieser fiss regt so auf der ist so behindert warum trinke ich jetzt ja volles maler volles maler erst mal trinken ich weiß der buff aber trotzdem ich komme ja schon es ist immer noch weg also ich wollte nur sagen ne ich wollte nur sagen dass es einem nicht wieder beschwert gibt alles bitte das ist sehr behindert ich will ja nichts klauen obwohl ich könnte es machen das wäre lustig so mein buffi da oh guck mal da komm schon quinn nice gg wenn ich scott ich noch barrel und d machen aber das ist sonst ging nichts mehr glaube ich ich sollte ihn nichts mehr oh ja ramus nice ich werde vielleicht auch mal Ich habe irgendwie gerade das Verlag in der nachletzten Zeit 2 zu machen, obwohl ich da total scheiße dran bin. Aber ich meine, man könnte es ja tun, ne. Oder nicht. Ich meine, das ist witzig. Can I? What the fuck? Are you crazy? Das ist immer lustig, wenn der Rülps. Also, ich finde es ziemlich, ziemlich... Die rennt sogar noch rein. Warte, Leute, ich muss trinken. Warte doch, Leute. Dr. Fischi. Bitch. So, das war es mit Liesin. Liesin wollte kommen. Ich sage mir, Schusstroh. Oh, Leute, das ist fiss. Wartet. So, jetzt. Ich finde es mit Frink lustig. Wartet. Ich würde da... Warten. Jetzt platziere ich da eine Kuh. Obwohl es nichts bringt, weil sie sehen die Kuh. Aber ich finde es witzig. Aber es gehört ja sein, dass einer reintritt noch. Okay. War nicht der Fall. Nein, ich weiß, ich kann die Kuh nicht treffen. Aber das ist mir egal. Das ist nämlich so behindert. Ähm... Ein Stück, fuck you. Nein, keine Chance. Das war behindert. Das war allgemein sehr... Schalt... Das Ramos, warum? Was macht den Ramos? Ah. Ramos rettet im Jungle rum. Hm. Ich finde es auch nicht wirklich gut mit... Fuck. Ähm... Sorry, I didn't see. Why? Nein, okay. Also, wie gesagt, ich habe dieses Verlangen Player 2 zu spielen. Ich weiß nicht, warum ich bin scheiße im Spiel. Ich habe es gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich gerade nachgedacht. Hey, Player 2 2, jetzt wäre es doch lustig. Ähm... Nein. Ja, nicht lustig. Es wäre behindert und dumm. Man könnte so Highlights machen, weil das ist bei dem Spiel, glaube ich, echt gut. Weil das meistens echt so überlagern und das könnte ich nur selten lustige Sachen. Da hätte man vielleicht mal ein paar Stunden hier dran und belagert, ne? Nein, der fehlt damit, macht meine Kuh noch nicht. Danke. Der bringt mir eigentlich nichts, weil ich verkassee wieder. Ich verkagee alles, also, nehm die lieber selbst, Leute. Warte mal, der gibt mir noch auch, warte, der gibt mir noch ein bisschen. Codown Reduction. 10%. Wow, 35%... Wow. Lol. In Botmatch hatte ich das im Endgame. In Botmatch. Oh, ja, die Kuwait. Ich dachte, sie läuft noch weiter. Ja, ich weiß, gut. War mein... War alles mein Verdienst. Nein, nicht rein, rein, Mann. Was macht der denn? Der greift einfach an. Der hat einfach angegriffen. WTF, hab ich das eingestellt, dass der angreifen soll? Wenn ein Gegner in der Nähe ist. Das glaube ich nämlich gerade irgendwie. Nee, hab ich noch drin. Warum hat der einfach angegriffen? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh, Rammus Action, hab ich gehört. Da, da. Jetzt geht's wieder ab, allein her. Ach, schade, ich krieg keine Kills. Hab' ich nie Kills bekommen. Oha, okay. Was auch immer. Aber den jetzt will ich es auch schon fast down, also. Ich weiß nicht, ob man das schon noch Vorteil für uns nennen kann, aber. Ach komm, wir machen das noch, Leute. Wir müssen nur vollziehlich sein, dann ist alles in Ordnung. Ich will auch helfen. Ich hab' gut geholfen, Leute. Weed. Leute, ich glaube, okay. Meine Regeneration for the win. Und nicht da winchie, versteht ihr? For the winchie, haha. Oh, okay. Ich bleib mal bei Darius, weil das ist cool, das ist tankend so. Ah, Leute. Ich muss mit Kragas, glaube ich, einfach nur stark üben. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Das... Das... Aha, ich hab' ignited und zwei Sekunden spät. Look at you. Wer denn? Wer denn? Ramos oder mich? Oder Sevilla. Weil sie, äh, sie wäre irgendwas schreibt. Oh, okay, Sevilla. I'm caring you. Oh, cool. Hm, ein Kähn mehr, wow. 97... Oh, oh, oh. 9780, ein bisschen übertrieben, oder? Nee, kann nichts machen, dieses Video. Ja, oder der Ramos. Können beide nichts machen. Ich hab's vergackt. Ich hab' irgendwie das Verlangen, Fizz zu spielen. Ich hab' das Verlangen. Oh, ich wollt' noch flashen. In fünf Sekunden wär' da wieder der Flash gekommen. Oh mein Gott, war das behindert. Ich bin scheiße. Okay, ich sollte noch übelst hier üben mit, 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 äh, was würde ich sagen, Ramos? Kragas. Krass, krass, krass. Krass, krass. Super, ich bin zwar selber achtmal verreckt, aber ist ja scheißegal, dass ich die meisten... Neunmal. Dass ich die meisten Tode hab' ist ja... Ist eigentlich egal, weil... Ich finde sowieso scheiße, wenn du spielst, deswegen muss ja andere beleidigen, dass sie scheiße sind. Ja. Ah. Ja, das war's. Das war's. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.